Ja, herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal der Volksternwarte München. Ich bin Benjamin und ich möchte euch heute zeigen, wie Fernrohre für Einsteiger funktionieren. Ja, und nachdem in der Corona-Zeit alle sehr gern ein bisschen nostalgisch werden, habe ich mir gedacht, ich nehme dazu mal zwei Teleskope aus meinen Kindertagen, also die ähnliches Baujahr sind wie ich. Und eins steht hier schon neben mir, das andere kommt später, denn es sind zwei unterschiedliche Bauarten. Ja, die meisten Leute, die sich irgendwann ein Teleskop wünschen, die sehen dann erstmal in Katalogen oder im Internet solche Geräte wie dieses richtig schöne Fernrohr. Ja, und wer dann aber ein bisschen tiefer in das Hobby einsteigt, der möchte natürlich später auch irgendwann was Größeres haben. Und da gibt es im Wesentlichen zwei verschiedene Bauarten. Hier neben mir steht jetzt ein sogenanntes Linsenteleskop, ein Refraktor. Ich zeige das Ganze mal, wenn wir den Deckel hier mal abnehmen, dann können wir das Teleskop mal auf die Kamera richten. So, und dann müsste man hier schon die Linse erkennen, in die das Licht hier eintritt. So, und um dann was mit dem Teleskop zu sehen, muss natürlich hier später hinten auch noch eine Linse eingebaut werden. Aber so weit sind wir jetzt noch gar nicht. Ich denke, wir schauen uns mal an, wie das Ganze überhaupt erstmal eingestellt wird. Und hier ist es noch relativ einfach. Also diese Linsenteleskope, die sind meistens auf so einer ganz simplen Gabel montiert. Also hier ein Stativ mit drei Beinen. So in den 80er Jahren, da gab es die noch schön mit Holzstativ. Und dann hat man hier eben eine Gabel aus Metall, hat ein paar Klemmschrauben und kann das Ganze eben in jede Richtung drehen, in die man eben dann vielleicht später mal gucken will. Ja, das Ganze hier drehen, neigen, das war schon fast das ganze Geheimnis der Einstellung dieses Teleskops. Es ist leider natürlich so, wie er jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben kann, muss sich mit einer etwas wackeligen Montage hier begnügen. Also das Ganze, wenn die Klemmschrauben jetzt offen sind, dann sollte da kein zu starker Windstoß kommen bei so einem Einsteiger-Teleskop, denn dann hier zittert das ganze Teleskop ganz leicht. Aber hier haben Sie schon mitgedacht. Also ich kann jetzt hier, wenn ich ein Teleskop gesucht habe, die Schrauben wieder klemmen. Dann wäre das Ganze hier fix eingestellt, auch in eine bestimmte Richtung. Und dann gibt es hier schon zwei ganz praktische Einrichtungen, eine sogenannte Feinbewegung. Einmal hier für die Drehung horizontal und einmal hier für die Neigung natürlich auch. Da lässt sich also das Teleskop relativ fein drehen. Wahrscheinlich wird es jetzt im Video gar nicht so gut rüberkommen. Aber wer dann durchschaut mit einer gewissen Vergrößerung, der ist natürlich sehr froh über diese Feinbewegungen. Gut, natürlich, bevor ich überhaupt irgendwas anschauen kann, muss ich es auch erst mal finden. Und die meisten Teleskope heutzutage, die haben ein kleines Zielfernrohr nebendran. Das werden wir auch gleich bei dem zweiten Modell noch sehen. Aber dieses Teleskop hat noch etwas ganz Besonderes. Und zwar hat man sich hier das Zielfernrohr gespart und benutzt einfach das Objektiv des Teleskops, also die große Linse vorne, wo das Licht reinfällt, für die Visiereinrichtung gleich mit. Und dazu muss ich kurz erklären, wie das Ganze innen drin aussieht. Also wenn man sich hier dieses Rohr mal genauer anschaut, dann stellt man fest, man hat hier nicht nur hinten eine Öffnung zum Reinschauen, sondern man hat auch noch hier eine zweite Öffnung. Und das Ganze besitzt hier einen Einklappspiegel. Also es gibt hier einen Spiegel, der das Licht hier nach draußen lenkt zu diesem Okular. Und das ist jetzt das Okular fürs Finden der Objekte. Also eine etwas schwächere Vergrößerung mit einem größeren Blickfeld. Und die erlaubt dann eben zum Beispiel den Mond oder einen Planeten, was so in Reichweite dieses Fernrohrs liegt, ein bisschen bequemer zu finden als mit einer hohen Vergrößerung, die dann hier sich ergibt am normalen Ende des Rohrs. Ja, und das Ganze klappt einfach nach innen. Ich kann mein Objekt hier suchen, habe ein schönes Fadenkreuz hier im Fernrohr. Also ich kann dann hier dieses Teleskop mit dieser Suchereinrichtung so grob auf das Objekt ausrichten, das mich interessiert am Himmel. Dann mache ich einfach die Klemmung wieder zu, drehe die Schrauben zu und kann dann über die Feinbewegung das Objekt ganz genau in die Mitte einstellen. Funktioniert also relativ gut. Wie gesagt, die Montierung ist etwas wackelig, aber dafür sind solche Teleskope wie dieses Modell ziemlich günstig zu haben. Und die Linsen, die optische Qualität ist meistens gar nicht so schlecht. Kann man also schon was damit anfangen. Also wir brauchen natürlich nicht nur das Objektiv vorne, die große Linse, sondern wir brauchen auch noch die sogenannten Okulare. Oft gibt es hier so eine Ablageplatte mit Bohrungen und die Okulare sind auch der Grund, warum wir dieses Teleskop hier nicht direkt in der Sternwarte im Einsatz haben. Die Okulare in den älteren Einsteigerteleskopen, die haben einen relativ kleinen Durchmesser. Heutzutage ist das Maß etwas anders und deswegen wird sowas heutzutage eigentlich auch nicht mehr hergestellt. Ist also schon gewissermaßen ein bisschen historisch. Und diese Okulare werden dann am Schluss einfach hier hinten in den sogenannten Okularauszug eingesteckt und dann könnte ich theoretisch schon beobachten. So, dann würde es ganz klassisch so aussehen, wie sich das viele Regisseure in Filmen überlegen, wie man das Ganze vielleicht auch aus irgendwelchen Comics kennt. Der Astronom hängt unten am Fernrohr und muss immer den Kopf verrenken, um irgendwas am Himmel zu sehen. Natürlich wollen wir nicht so unbequem beobachten, deswegen gibt es hier ganz einfach noch ein kleines Zusatzteil, und zwar das sogenannte Zenit Prisma. Ja, auch hier etwas kleiner, als das heutzutage verkauft wird. Ein Zenit Prisma ist eigentlich nur ein Spiegel, der das Licht um 90 Grad umlenkt. In dem Fall ist hier ein kleines Glasstück, ein dreieckiges Glasstück eingebaut. Das hat die gleiche Wirkung wie ein Spiegel, ist aber günstiger herzustellen. Und deswegen wird sowas in diesen Teleskopen immer gern eingesetzt. Also, ich kann hier mit meinem Zenit Prisma dann ganz bequem das Fernrohr in den Himmel richten und kann ohne den Kopf groß verrenken zu müssen, hier beobachten. Wunderbar. Ja, natürlich sehe ich jetzt hier aus meinem Wohnzimmer nicht so viel, aber ihr dürft mir natürlich glauben, dass sich sowas in der Wirklichkeit unter einem klaren Sternenhimmel genauso anfühlt, wie ich das jetzt hier im Video zeige. Scharf stellen würde man hier an einem Rädchen. Ich zeige das nochmal von der Seite. Man dreht einfach den Okulauszug rein und raus. Und nachdem unser Objektiv in einer bestimmten Entfernung hier eine Art Bild erzeugt, muss ich natürlich das Okular genau an diese Stelle bringen. Im Endeffekt ist so ein Okular eigentlich nichts anderes als eine Lupe, mit der ich dann dieses entstandene Bild hier betrachte. Und das Objektiv eines Fernrohrs ist eigentlich auch nichts anderes als das Objektiv eines Fotoapparats oder einer Videokamera. Also es wird einfach ein Bild erzeugt und theoretisch könnte man hier auch eine Kamera anschließen und dieses Bild dann fotografieren. Für den Beginn ist es vielleicht nicht ganz so eine gute Idee, mit so einem Teleskop wie hier Astrofotos zu machen, denn dafür ist es dann doch etwas zu wackelig hier. Wie gesagt, ein Linsenteleskop, Baujahr etwa 80er Jahre und ich hatte schon erwähnt, dass wir solche Teleskope in der Volkssternwarte nicht so gut einsetzen können. Deswegen gibt es am Schluss des Videos auch nochmal eine kleine Überraschung zu diesem Teleskop und dem nächsten, das ich jetzt mal ins Bild holen möchte. Diese Art Teleskop wirkt natürlich jetzt schon etwas professioneller aus einer ähnlichen Zeit, wie das Teleskop gerade eben. Stammt auch aus einem damaligen einfachen Katalog und ist aber jetzt kein Linsenteleskop mehr, sondern wir haben es hier mit einem Spiegelfernrohr zu tun. Das hat einfach den Hintergrund, dass Linsenfernrohre sehr teuer werden, wenn die einen größeren Durchmesser haben. Und wir Sternfreundinnen und Sternfreunde wollen ja gerne viel Licht einsammeln. Wir wollen ja sehr lichtschwache Sachen am Himmel beobachten und deswegen brauchen wir etwas, was sehr viel Licht sammelt, was einen größeren Durchmesser hat. Und wenn man sich jetzt keine großen Linsen leisten kann, dann nimmt man einfach Spiegel. Und ich hoffe, man erkennt das Ganze, wenn ich den Deckel jetzt hier abnehme und dieses Teleskop mal in die Kamera drehe. Auch hier kann ich wieder die Klemmungen aufmachen und man wird hier hinten am Ende des Rohrs einen Spiegel erkennen. und ein kleines Teil, was hier sich vor dem Spiegel befindet, ist eigentlich ganz einfach gemacht. Das Prinzip ist auch schon ziemlich alt. Isaac Newton hat diese Art Teleskop-Typ erfunden. Deswegen heißt es auch Newton-Teleskop. Das Licht fällt hier ins Rohr ein, wird hinten gespiegelt und soll natürlich nicht wieder rauskommen aus dem Rohr, sondern es soll zur Seite aus dem Rohr austreten. Und deswegen ist hier in der Mitte ein kleiner Spiegel eingebaut. Denn das ganze Licht, das hier in das Teleskop einfällt, wird von dem Hauptspiegel am Ende gebündelt auf einen kleinen Fleck. Und eigentlich wäre dieser kleine Fleck, der sogenannte Brennpunkt, dann hier vorne, vor dem Rohr. Aber durch unseren kleinen zweiten Spiegel, der hier in der Mitte sitzt, wird dieses Licht nach draußen gespiegelt und der Brennpunkt ist dann hier, wo am Schluss wieder unser Okular sitzt. Ja, also eigentlich auch ein ganz einfaches Prinzip. Und das Schöne ist, man muss nur zwei optische Flächen schleifen, also einen gebogenen Spiegel, einen Hohlspiegel und einen ganz normalen Spiegel, einen ebenen Spiegel, der das Licht nach draußen umlenkt. Wunderbar. Allerdings ist damit natürlich noch nichts zu beobachten, denn wir hätten zwar hier dann auch wieder ein Bild erzeugt, wie beim Linsenfernrohr, aber um dieses Bild zu betrachten, brauchen wir natürlich noch ein Okular. Hier haben wir also wieder ein ähnliches Okular wie beim Linsenteleskop. Wird dann hier eingesetzt in diesen seitlichen Okularauszug und zum Scharfstellen kann man auch wieder dieses Rädchen nehmen. Und manchen ist es jetzt ja schon aufgefallen, dieses Fernrohr hat eine etwas andere Halterung als das Linsenfernrohr von gerade eben. Um diese Halterung jetzt ein bisschen genauer zu erklären, muss man eine Sache sich nochmal überlegen. Und zwar wollen wir ja Himmelskörper über eine längere Zeit beobachten und nicht nur mal kurz eine Minute. Und da merkt man dann schon, dass die Erde sich dreht. Wir haben hier höhere Vergrößerungen, beispielsweise so ungefähr 100-fache Vergrößerung kann so ein Teleskop schon leicht erreichen. Und die Erde dreht sich zwar nicht so besonders schnell, aber es reicht, um bei 100-facher Vergrößerung ein Objekt in etwa einer Minute oder zwei Minuten nur im Blickfeld zu haben. Also das heißt, irgendwie muss man dann mit der Zeit das Fernrohr drehen. Und unser Linsenfernrohr war ja so aufgestellt, dass man es waagrecht und senkrecht schwenken konnte. Allerdings ist es bei der Erde ein bisschen unbequem, denn wir sind ja nicht am Nordpol, wo die Verhältnisse einfach wären, oder am Äquator, sondern wir sind ja irgendwo zwischendrin. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir sozusagen auf halbem Weg zwischen Nordpol und Äquator sitzen, dann scheinen sich Sterne oder der Mond oder Planeten immer in so einem Bogen im Lauf des Tages über den Himmel zu bewegen. Das heißt, beim Linsenfernrohr muss ich immer zwei Bewegungen machen, um die Objekte im Blickfeld zu behalten. Und wir haben hier bei diesem Spielteleskop schon eine etwas bessere Mechanik, eine bessere sogenannte Montierung. Und diese Montierung, die könnte ich jetzt ähnlich einstellen wie beim Linsenfernrohr. Ich könnte also auch eine Bewegung waagrecht und eine Bewegung senkrecht machen, aber man hat hier nochmal einen Block, den man neigen kann. Und ich kann also die Montierung auf verschiedene Achsen einstellen und das Ganze ist eben sehr hilfreich, wenn ich die Erdrehung ausgleichen möchte. Und zwar läuft das Ganze hier so, dass ich sozusagen eine Achse parallel zur Erdachse ausrichte. Also ich würde einfach diesen Block so einstellen, dass der etwas schräg zeigt und dass diese Schräge genau die Höhe des Polarsterns über dem Horizont ist. Und dann muss ich natürlich noch die Nordrichtung finden, das Ganze also richtig drehen. Und wenn dann diese erste Achse richtig eingestellt ist, das heißt parallel zur Erdachse, dann brauche ich im Lauf der Nacht das Fernrohr nur langsam, um diese Achse zu drehen. Und dann bleiben die Objekte automatisch in meinem Blickfeld. Und nachdem das Ganze natürlich nicht so schnell geht, wie ich das Ganze hier zeige, gibt es auch hier Feineinstellungen. Ganz praktisch hier gelöst mit diesen längeren Hebeln, die einem dann erlauben, das Fernrohr in beiden Achsen auch nochmal etwas feinfühliger einzustellen. Auch das ist natürlich noch nicht die beste Mechanik, die man bekommen kann. Also da sind natürlich auch den Ansprüchen keine Grenzen gesetzt. Es gibt mittlerweile Mechaniken, Montierungen mit Computersteuerung, mit Elektromotoren, die automatisch dann bestimmte Himmelsobjekte anfahren. Aber auch mit einem Gerät, das rein analog arbeitet, habe ich zumindest in meiner Jugend noch eigentlich alles am Himmel gefunden, was ich beobachten wollte. Und besonders hilfreich ist dann natürlich hier auch nochmal das sogenannte Sucherfernrohr. Ich sage lieber auch manchmal Zielfernrohr. Hier oben haben wir also ein kleines Fernrohr mit schwacher Vergrößerung und mit großem Blickfeld. Ein schönes Fadenkreuz erlaubt auch hier wieder, die Objekte in die Mitte zu holen. Und dann würde man durch das Okular beobachten, was es zum Beispiel heute auf dem Mond zu sehen gibt. Und wird wahrscheinlich mit jeder Beobachtung nochmal den Wunsch verspüren, doch noch ein besseres oder ein größeres Teleskop zu besorgen. Aber da kann ich auch noch einen Tipp geben. Teleskope werden dann mit zunehmender Qualität natürlich deutlich, deutlich teurer und auch schwieriger natürlich zu handhaben, während so ein Fernrohr noch von einem krächtigen Menschen ganz leicht mal auf den Balkon getragen werden kann. Während man vielleicht so ein kleineres Fernrohr auch noch auf einem Fahrradanhänger befördern kann, braucht man für größere Geräte dann natürlich schon unbedingt ein Auto. Und wer noch größere Fernrohre benutzen will, muss sich dann schon fast eine eigene Sternwarte bauen. Muss aber gar nicht sein, denn es gibt ja landauf und landab mittlerweile in Deutschland Volksternwarten, die sich über neue Mitglieder freuen und bei denen es auch mittlerweile sehr, sehr hochwertige Fernrohre gibt. Und nicht nur das, sondern auch Gleichgesinnte, die einem dann noch zeigen, wie diese Fernrohre bedient werden. Meistens auch dann mit sehr bequemen Steuerungen. Also das heißt, wer nur ab und zu mal mit einem großen Fernrohr beobachten will, für den würde ich eher empfehlen, Mitglied in einem Astronomieverein zu werden oder in einer Volksternwarte. Und jetzt kann ich mir aber gut vorstellen, dass doch einige Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Videos Lust bekommen haben, mal mit solchen Fernrohren zu arbeiten. die ich gezeigt habe. Ich hole auch noch mal das Linsenfernroh hier ins Bild und kann hier nur noch mal zu diesen beiden Teleskopen eine kleine Überraschung loswerden. Wie schon gesagt, wir können in der Sternwarte mit diesen Teleskopen leider nicht besonders viel anfangen, denn die Systeme haben sich ein bisschen geändert für das Zubehör und bei uns in der Volksternwarte in München zumindest gibt es auch genug Teleskope in dieser Art, sodass wir keinen Bedarf mehr haben und deswegen können wir diese Teleskope hier unter den Zuschauerinnen und Zuschauern hiermit auch verlosen. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele mitmachen, wenn diese Fernrohre in gute Hände kommen, wenn die auch benutzt werden. Es gibt einen guten Spruch, jedes Fernrohr hat seinen Himmel, also auch wenn die hier aus den 80er Jahren sind, heißt es nicht, dass sie schlechter sind als neuwertige Fernrohre, denn erstens sie sind nicht besonders viel benutzt worden. Ich möchte mich hier nochmal bedanken, wir haben sie gestiftet bekommen von einem älteren Herrn aus München, der eigentlich mal ins Hobby einsteigen wollte und dann nicht so viel Zeit dafür gefunden hat und dem sehr daran gelegen war, dass diese Teleskope nicht weggeworfen werden und deswegen möchte ich hiermit darum werben, dass sich alle beteiligen, die vielleicht mal mit so einem Fernrohr beobachten wollen, schreibt uns einfach eine E-Mail, die Adresse ist in der Beschreibung und wir losen dann in einigen Wochen aus, wer der stolze neue Besitzer oder die neue Besitzerin dieser Teleskope werden darf. Vielleicht ein paar kleine Worte, warum ihr gern ein Fernrohr hättet und was ihr vielleicht damit am Himmel am liebsten anschaut und dann wünsche ich allen, die mitmachen viel Glück und wenn es Fragen gibt über Fernrohre, wenn jemand zu seinem eigenen Fernrohr Fragen hat, wenn jemand sich ein Teleskop gekauft hat und vielleicht nicht ganz so genau weiß, was jetzt damit erreichbar ist am Himmel, welche Objekte sichtbar sind, welche Tricks es vielleicht gibt, um mit diesem Teleskop noch ein bisschen mehr zu sehen, meldet euch gern bei uns, genau dafür ist auch eine Volkssternwarte da. Ich sage klaren Himmel, wünsche viel Spaß beim Sterngucken und freue mich, wenn wir uns hier bald